Weißt du eigentlich, was ein Algorithmus ist? Nein, ich habe diesen Begriff noch nie in meinem Leben gehört. Gut, dann erkläre ich es dir. Ein Algorithmus ist im Allgemeinen eine Vorgehensweise, um ein Problem zu lösen. Man kann sich das wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vorstellen, die eingehalten werden muss. Das klingt alles sehr kompliziert. Kommen Algorithmen auch im alltäglichen Leben vor? Algorithmen begegnen dir täglich, zum Beispiel beim Backen. Ich zeige dir ein gutes Video. Hier hast du gesehen, wie sinnvoll Algorithmen sind. Ohne sie könntest du keinen Kuchen essen. Ich zeige dir, wie sinnvoll Algorithmus ist.